Es ist eine Reminiszenz an den 300 SLR der 50er Jahre und an eine der größten Fahrerlegenden des internationalen Motorsports. Der neue SLR Stirling Moss. Mercedes-Benz und McLaren präsentieren einen modernen Supersportwagen mit 650 PS, ohne Dach- und Windschutzscheibe. Rennsportfaszination pur, die man fühlen, sehen und auch hören kann. Der SLR Stirling Moss.